Hallo liebe Werder-Fans, willkommen zum Experten-Tipp, Wiesenhopfer Experten-Tipp, 15. Spieltag, auf geht's. Das erste Spiel ist Baderborn gegen Union, schwierig zu sagen, aber ich glaube es wird unentschieden, 2 zu 2. Nächstes Spiel ist Wolfsburg gegen Mönchengladbach, Gladbach natürlich sehr stark diese Saison, ich glaube auch auswärts gegen Wolfsburg, es wird 1 zu 2. Dann Hoffenheim gegen Augsburg, Hoffenheim ist zu Hause Heimspieler immer stark, ich glaube sie gewinnen mit 2 zu 0. Dann Fortuna Düsseldorf gegen Leipzig, Leipzig ist auch eine sehr gute Mannschaft dieses Jahr, sie sind in Form, ich glaube, dass sie ganz einfach gewinnen 3 zu 1. Nächstes Spiel ist Hertha gegen Freiburg, schwierig gespielt, um das Resultat zu geben, aber ich glaube, dass es unentschieden wird, 1 zu 1. Dann Mainz gegen Dortmund, ja Dortmund hatte die letzte Woche nicht super gut gespielt, aber doch gute Resultate geholt, ich glaube, dass sie gewinnen mit 3 zu 1. Dann Schalke gegen Eintracht, sehr interessantes Spiel, Schalke zu Hause ist immer stark und Frankfurt letzte Woche nicht so, ich glaube es wird 1 zu 0 für Schalke. Dann FC Köln gegen Bayer Leverkusen, derby glaube ich, ja ich finde Leverkusen spielt im Moment sehr gut, macht viele Tore, es wird 3 zu 1. Und das wichtigste Spiel ist Bayern gegen uns, gegen Werder, nach dem nicht so guten Spiel letzte Woche, werden wir alles tun, um ein Resultat zu holen und das machen wir auch, es wird 2 zu 2. Das war mein Tipp, jetzt seid ihr dran.